Ich zeige euch heute drei Yoga-Hotspots in der Stadt Salzburg und Umgebung. Und der erste Hotspot, der ist da direkt hinter mir und zwar direkt auf der Festung oben. Ja, die Festung ist natürlich hier das Wahrzeichen von Salzburg und ich glaube, das ist Julia mein Traum gewesen, da jemals Yoga zu machen. Das ist natürlich schon so, okay, so wow, das ist einfach der Hotspot oder das Aushängeschild, das Wahrzeichen der Stadt. Und wenn man dann Yoga unterrichten darf vor über 50 Personen auf der Festung mit der Stadt unter sich, das ist etwas sehr Besonderes. Also das ist kein alltäglicher Yoga-Morgen und das wird mir noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Lena und Julia sind die Gründerinnen von Pop-Up Yoga und damit haben sie in Salzburg etwas ganz Neues erschaffen. Yoga für alle, an den schönsten und manchmal auch ungewöhnlichsten Plätzen. Pop-Up Yoga möchte Yoga an ganz unterschiedliche Locations bringen und wir möchten Synergien schaffen zwischen Kunst, Natur, Kulinarik und einfach zeigen, was es in Salzburg gibt und der Umgebung. Wir haben ja total oft die Rückmeldung, dass die Leute über uns einfach die schönsten Orte kennenlernen und das ist so für mich irgendwie mit Bewegung in Kombination halt irgendwie macht's aus. Das Besondere an Pop-Up Yoga für mich ist hauptsächlich, dass es jedem ermöglicht wird, Yoga zu machen. Das heißt, ganz egal welches Alter und welches Können, also bei uns ist es wirklich so, jeder kann kommen. Nach der Yogastunde in unserer ganzen Euphorie ist es immer total nett, wenn wir als Gruppe gemeinsam nur einen Abschluss haben und da fahren wir dann gemeinsam mit der Bahn runter, genießen nach dem wundervollen Ausblick auf die Stadt. Pop-Up Yoga führt mich heute zum Fuße des Mönchsbergs. Da konnte ich jetzt mit dem Mönchsbergaufzug hinauffahren auf den Berg, aber für mich geht es jetzt wirklich in die Tiefen des Berges hinein. Es ist mitten in der Altstadt, direkt im Mönchsberg und es ist von der Stimmung her, dadurch, dass man im Berg einfach drin ist, ist man einfach in so einer kleinen Bubble. Man ist einmal kurz abgeschnitten von der Außenwelt, raus aus dem Alltag, rein in dieses ganz besondere Gefühl, je nachdem welches Motto wir haben. Also es kann Safari sein, es kann Unterwasserwelt sein und dann ist man echt einmal kurz so in einer anderen Welt und das ist voll schön. Wir überlegen uns da für jede Session eine eigene Lichtschau, die wir gemeinsam kreieren und dann vor Ort mit Musik noch in Kombination. Total herrlich ist einfach dieses gemeinsame Erlebnis in so einem Safe Space, was natürlich auf der einen Seite outdoor total schön ist unter freiem Himmel, aber indoor in den Kavernen einfach so ein Gesamterlebnis bildet, wo diese ganze Energie nochmal schön hat zirkuliert. Das war schon so ein Hotspot, den irgendwie Pop-Up Yoga entdeckt hat. Wir möchten den Yogis eine kleine Auszeit von ihrem Alltag bieten und wir wollen sie einmal kurz reinholen in eine Wohlfühl-Bubble, so nennen wir es liebevoll und wo sie einfach mal keine To-Dos erledigen müssen, keine Termine haben, nicht performen müssen, sondern sie kommen in diese Yoga-Welt, in diese Pop-Up-Yoga-Welt und dürfen einmal kurz abschalten, sich nur mit sich und dem Körper beschäftigen, einfach sich ein bisschen berieseln lassen und einfach mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Highlight-Yoga-Platz Nummer 3 ist da am Wolfgangssee mit direktem Blick auf den See bei der Seederrasse vom Erlebnisquartier. Da kann man mit wunderbarer Aussicht Yoga machen. Das Erlebnisquartier für mich ist natürlich eine ganz besondere Teaching-Location, weil es so eine unfassbar schöne Aussicht hat. Also das Panorama ist ja überwältigend. Und wenn man an so einem Ort unterrichtet, das ist etwas anderes, als wenn man in einem Studio ist. Das kann man, die Natur, die man da einfach direkt vor sich hat, das kreiert einfach nochmal eine ganz besondere Stimmung. Ja, Wasser ist das jenigste Element, das es gibt, also das beruhigendste Element. Und wenn wir natürlich Yoga kombinieren mit Wasser-Element, dann macht das Ganze nur mehr Tiefenentspannung. Und wenn man das kombiniert mit achtsamen Bewegungen, mit Meditation, mit Atemübungen, dann bringt es die Leute, glaube ich, noch mehr runter. Beruhigt das Nervensystem noch ein bisschen mehr und kreiert einfach nochmal so ein bisschen mehr Bilderbuch-Momente, die sie sich abspeichern. Und das macht das Erlebnisquartier auf jeden Fall special. Und wenn man nach dem Yoga hungrig wird, dann kann man da einen richtig guten Brunch genießen. Musik 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 Musik